hey bmw ich habe hunger ich habe 20 restaurants gefunden welches soll ich nehmen eintrag 3 das ist schon beeindruckend wie mich der bmw intelligent personal assistant versteht und dein bmw 2er active tourer ist damit noch einfacher und intuitiver zu bedienen außerdem weiß er auch wenn die nächsten servicetermine anstehen hey bmw wann ist mein nächster servicetermin es liegen mehrere servicebedarfe vor dein nächster servicebedarf ist motoröl und steht in 13.000 kilometern oder bis zum 22 november 2023 an der bmw intelligent personal assistant hilft dir auch neue funktionen im fahrzeug zu entdecken und zu aktivieren hey bmw wie aktiviere ich den fernlicht assistenten und natürlich unterstützt dich der bmw intelligent personal assistant vor allem beim fahren hey bmw aktiviere den sport mode ich aktiviere den sport und wenn du deinem bmw einen neuen namen geben möchte ist dann geht das natürlich auch hey bmw ändere das aktivierungswort mein neues aktivierungswort bitte servus bmw danke ich habe mein persönliches aktivierungswort hinterlegt cool oder uci ein weiterentwicestyle gmw bmw 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 Vielen Dank.